Hallo ihr Lieben, tja, so schnell geht es. Teil 5, Freunde, Teil 5 zum Thema Motivation. Warum so viele Teile? Ganz einfach. Ich kenne euch doch. Wer von uns hat denn mehr Zeit, mir 4-5 Minuten die Clip anzugucken? Die wenigsten, deswegen gibt es viele Teile nacheinander und noch ganz wichtig, wenn ihr zu viele Infos auf einmal habt, dann gibt es den einen oder anderen von euch, dann möchtet ihr sie gleich wieder perfektionieren und gleich alles auf einmal machen. Deswegen geht es Step-by-Step vor, da habe ich ein bisschen Erfahrung gemacht, überfordert euch nicht. Deswegen kommt heute Teil 5 zum Thema Motivation. Auch wieder, ich liebe dieses Wort, weil es ein schönes Wort ist. Motivation. Motivation. Und da machen wir heute Teil 5. Teil 5 zum Thema Motivation. Was haben wir denn heute am Start? Also Freunde, da gibt es natürlich auch nochmal was, was bestimmt den einen oder anderen motiviert. Und zwar, wir sind ja alle mehr oder weniger stolz. Und wichtig ist ja uns immer, dass wir unser Wort halten. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir vor allem, es ist immer das Wichtigste für mich überhaupt, dass ich das Wort von mir selber halte. Also ich habe das eben so verinnerlicht, dass wenn ich mir was vornehme, dass ich das auch ernsthaft durchziehe. Dass ich ernsthaft an meinen Zielen arbeite. Und dafür kann man auch Folgendes machen. Einen Vertrag abschließen mit mir selber. Das heißt, ich setze tatsächlich einen Vertrag mit mir auf. Einen Vertrag. Vertrag. Also richtig, so ein Vertrag, wie es gehört, in ein paar Klauseln drin, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe. Und zum Beispiel auch in einen Vertrag eintragen, eine sogenannte Vertragsstrafe. Wenn ich gewisse Dinge nicht erfüllt habe, was ich dafür dann tun muss. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, in Badehosen beim Nachbar, den Hof heben zum Beispiel. Das ist jetzt was Lustiges, aber ihr könnt euch ja was einfallen lassen. Ihr könnt wirklich einen Vertrag mit euch selber machen. Ihr müsst das Ganze eben nur ernst nehmen. Das, was ihr dann tut. Also setzt einen Vertrag auf, mit allem drum und dran, mit Vertragsklauseln, mit Länge des Vertrages, wann wollt ihr was erreichen, zu welchem Zweck wollt ihr das erreichen. Und das setzt ihr euch auf. Und jetzt kommt es, ihr unterschreibt das Ganze im Beisein einer ganz wichtigen Person. Wird unterschrieben und gegengezeichnet von der wichtigen Person. Das ist, finde ich, eine ganz gute Idee. Funktioniert bei jedem. Nicht jeder kann das. Ich finde es klasse. Ich habe das schon mehrmals gemacht und bei mir funktioniert es. Was man auch machen kann, man kann auch zusätzlich diesen Vertrag fotografieren und kann es auch noch. Dazu kommen wir nächstes Mal. Teil 6 zum Thema Motivation, ihr Lieben. Kurz, knapp und bündig auf den Punkt gebracht von Mr. T aus Karlsruhe, Personal Trainer Karlsruhe, Andreas Trienbacher. Bis in Kürze sehen wir uns wieder.